Vor meiner Ausbildung habe ich das kaufmännische Berufskolleg gemacht und da haben mir besonders die Fächer BWL und Steuerung und Kontrolle gefallen. Man durchläuft jede Abteilung und lernt so auch das gesamte Unternehmen kennen, alle Produkte vom Anfang bis zum Ende. Als Industriekauffrau hat man hauptsächlich mit den Kunden, aber auch mit den Lieferanten Kontakt. Aufgaben sind zum Beispiel die Beschaffung von Ware, Angebote zu erstellen, aber auch Aufträge anzunehmen. Die Anfangszeit war sehr spannend, weil es ja doch ein sehr großes Unternehmen ist. Man kommt immer mit einem guten Gefühl hier rein, weil man auch als Azubi gut aufgenommen wird. Wir haben einen Durchlaufplan, an dem wir uns halten müssen. Da ist man dann so alle vier bis sechs Wochen in einer anderen Abteilung. Wir sind ein sehr aufgeschlossenes Team und unterstützen uns immer gegenseitig, egal ob in der Berufsschule oder auch im Berufsalltag.